Wenn ihr selber Fortnite spielt und mich unterstützen wollt, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr in Fortnite im Item Shop den Creator Code Sellyville3108 eingeben würdet. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und nun wünsche ich euch viel Spaß beim nachfolgenden Video. Ich bin sehr entspannt. Nun müsst ihr jetzt zu einem Lava-Fall gehen. Klar, jeder weiß, was ein Lava-Fall ist. Es ist wie so ein Wasserfall, nur aus Lava. Und das gibt es ja nur an einer Stelle in Fortnite. Dort geht ihr hin und dann seht ihr auch schon, Fortbyte Nummer 92 könnt diese aber nicht einsammeln, weil diese noch gesperrt ist. Jetzt müsst ihr hier einfach nur die steinige Liebe einsetzen, also den Spray. Und dann seht ihr auch schon, wie Fortbyte Nummer 92 freigeschalten wird und ihr könnt diese dann auch einsammeln. Ist mega simpel, sollte eigentlich jeder so an sich finden. Und das mit den Fortbytes wird ja noch ziemlich interessant, finde ich. Ich halte euch auf dem Laufenden und hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.